Das NRC ist bald hier. Etwa eine Minute. Wir brauchen die Mutter aller Ablenkungen. Während Sie den Absturz klären, sollten wir in diesen Uniformen vorbei können. Solange wir mit niemandem reden müssen. Dann halt einfach die Klampe. Die Sicherheitsstation liegt auf dem Weg. In den Tunneln. Dort können wir den genauen Standort des Ministers bestimmen. Köpfe und Waffen runter. Bleib cool, bis wir ihn haben. Deaktiviere die Alarmsysteme auf dieser Ebene. Finde den Minister. Sie dritten uns an. Wir taten nur, was wir tun mussten. Ich kann nicht... Verhörer mit dem Rücken zur Tür. Zwei Wachen drinnen. Nicht aufmerksam. Nicht. Du bist ein Freikling. Du bist nur an dich. Drei... Zwei... Los! Wir holen Sie hier raus. Tun Sie, was ich sage. Dann schaffen Sie's. Was ist mit Khalil? Und den anderen? Sorry, keine Zeit. Khalil war ein Held des Kairo-Aufstands. Sie wissen, wie wertvoll er für Ihre Propaganda ist. Sie wollen ein Exempel statuieren. Fuck! Okay, gehen wir. Ab zur Extraktion. Ich kümmere mich um die... Unsere Waffen sind nutzlos gegen den Transporter. Wir müssen dieses VTOL abschießen. Zieht auf die Raketen. Der Transporter ist ausgeschaltet. Dias, bin in Position. Verstanden. Hendricks, trifft dich mit Hall auf der anderen Seite des Hangars. Weiter vor! Schlappt die für uns! Schlappt die Verändergeräusche! Die Verändergeräusche! Schlappt die für uns! Ah! Sprengkörper, weg! Verschaut! Wir Roboter. Ach, keine Sorge deswegen. Wir sind dafür ausgerüstet. Los, verschwindet hier! Ich bin am Steuer. Geh ans Geschütz!